So, liebe Freunde, es gibt mal wieder was zu gewinnen. Eine PlayStation 5 haben wir da. Und das Ganze bereits schon in Kürze, die Auslosung. Also, was müsst ihr tun? Ihr müsst den Kanal abonnieren und wie ist sie hier? Ist eine Original zu, zumindest auf der Seite, da ist das Siegel schon mal aufgegangen. Aber sie ist Original verpackt. Eine 8,25 GB, die gibt es ja zu gewinnen mit einem Zubehör. Original verpackt und allem drum und dran. Geht einfach auf unseren Kanal German Television und oder German Television Plus. Wenn ihr natürlich beide Kanäle abonniert, habt ihr noch mehr Chancen. Aber ein Kanal langt eigentlich auch schon. Und mit etwas Glück seid ihr Gewinner von dieser PlayStation. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar hinterlassen, egal was. Zum Beispiel, ich habe den Kanal abonniert. Das wäre ein guter Kommentar. Ansonsten, ja, einfach German Television abonnieren. Checkt das mal, weil ganz, ganz viele denken, sie hätten den Kanal schon abonniert und haben es denn trotzdem nicht. Und, ja, geht mal drauf und prüft das Ganze, ob ihr den Kanal wirklich abonniert habt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also jetzt Kanal abonnieren. Wir drehen heute am 6. März 2022 wieder mal eine PlayStation 5 Original verpackt zu gewinnen. Tschüss.